Okay, bin back. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, moin Leute, was geht? Hier bei Dali Gaming. Willkommen zu einer Runde Minecraft Get Down. Und ich werde schon wieder gefokust. Nice. Ich schlage hier gerade Infineas und er fällt. Ich bin hier auf dem wunderschönen Server von Zinus 750. Könnt ihr auch mal abchecken auf YouTube. Ihr wisst Bescheid. Boah, bin ich nicht nett? Bin ich nett oder bin ich nett? Ja, bist du wirklich. Danke. Ich bin super nett, ne? Super. Abbauen muss man die Kissen, ne? Ja. Sehr gut. So, mit dabei ist auch noch der XLM Sira. Von ihm war ja die letzte Servervorstellung. Haben Leute auf deinen Server oder? Naja, schon ein bisschen mehr. Schon ein bisschen mehr. Zwei, drei. 15, so. 15, okay. Ja, ist schon einiges. Bist du glücklich darüber? Ja, sogar. Ah, hi, Phineas. Kannst du bitte sterben? Wäre sehr nett, wenn du sterben würdest. Spring runter. Spring runter. Und wie lange hast du für die Mets gebraucht? Ich glaube, so drei Tage. Ich und Phineas, wir sind hier gerade im Wettkampf. Wer ist zuerst unten? Obwohl es gar nicht darum geht. Aber ich finde auch gar keine Trümen mehr auf meinem Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Weg des Todes. Okay, ich bin unten und hol mir jetzt die Kisten. So, willkommen zurück, Freunde. Zum Kampf der Giganten. Lol. Alter. Wie soll ich denn mich hier frei bewegen? Hier sterbe ich doch direkt. Ja, Phineas, verpiss dich, verdammt. Oh, ich brenne mich selber an. Phineas. Scheiße, Mann. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe keinen Bock mehr. So Dali kann man einfach sagen, er ist einfach ein sehr guter YouTuber. Aber was PvP betrifft, ist er einfach brr. Wenn er jemanden tötet, ist es so wie Geburtstag. Du hast ja noch ein Leben. Ja, Kaktus tut mir jetzt schon weh. Wie kann ich denn? Nein, ich bin raus, Alter. Komm. Nö, Leute, das war es mit diesem Video. Ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Morgen, übermorgen oder heute noch. Ciao.